Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Der Bitcoin-Preis hat die 40.000 US-Dollar durchgebrochen. Wir werden natürlich gleich mal einen Blick hier auf den Chart werfen, uns ein Update dazu holen. Zu dem, was wir uns gestern schon angeschaut hatten, da haben wir über den Breakout gesprochen und über die Tatsache, dass wir auf die 40.000 US-Dollar laufen. Jetzt ist es passiert, die 40.000 US-Dollar wurden geknackt und deswegen gleich ein Update dazu. Und auch Ethereum werden wir uns gleich anschauen, einmal im Chart und auch was das institutionelle Interesse angeht. Da gibt es sehr spannende Daten aktuell. Zudem habe ich zwei, drei sehr spannende News. Einmal deutsche Behörden, die 50 Millionen Euro beschlagnahmt haben, was es damit auf sich hat und wo da das Problem liegt, werden wir uns gleich anschauen. Und ein sehr großer Hedgefonds mit 3 Milliarden US-Dollar hat einen Antrag gestellt und der möchte jetzt auch in Bitcoin investieren. Das wird auf jeden Fall auch sehr spannend. Falls ihr das Video gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft mir wirklich sehr. Ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Video. Schauen wir wie immer mit der Marktübersicht. Die Bitcoin-Dominanz ist ein bisschen gestiegen. 1,5% hochgegangen. Ihr seht es hier auch schon. Bei CoinMarketCap Bitcoin fast 7% im Plus und die Altcoins, vor allem Ethereum mit 4% im Minus und der Großteil mit sehr starken Verlusten, also Gewinnmitnahmen, die da aktuell stattfinden. Zufälligerweise haben wir noch gestern darüber gesprochen, was das Interesse angeht. Hatte ich euch ja noch gesagt, dass die Social Media Dominance hier sehr weit runtergegangen ist von Bitcoin und dass das ein Indiz immer dafür sein könnte, dass ein Return stattfindet, dass die Bitcoin-Dominanz dann auch zum Beispiel wieder steigt und Altcoins dann wieder in Bitcoin umgeschichtet werden. Dass jetzt genau einen Tag später das genauso stattfindet, hätte ich jetzt ehrlich gesagt jetzt auch nicht vermutet, aber aktuell scheint es so, dass hier vor allem hier bei Ethereum Gewinne mitgenommen werden und dann auch in Bitcoin dann reingezogen werden. Dadurch, dass wir natürlich von 60,5% auf 62% hier bei der Bitcoin-Dominanz gestiegen sind. Die Marktkapitalisierung 1,2 Billionen US-Dollar sieht auch ziemlich gut aus, aber ansonsten der Markt sehr gemischt, wie ich finde, zum Beispiel BNB 18% im Plus, aber auf der anderen Seite die Coins, die wirklich sehr gut performt haben, wie zum Beispiel Uniswap hat hier mit minus 10% große Gewinnmitnahmen. Schauen wir kurz auf den Ethereum-Chart. Da entwickelt sich gerade hier so eine Bullfleck, ein abfallendes Dreieck im Aufwärtstrend. Wir haben tiefer werdende Hochs, aber hier eine Unterstützungszone wird hier spannend sein. Bis heute Nacht wahrscheinlich wird dann der Breakout kommen. Ob wir nach oben oder unten ausbrechen, werden wir dann natürlich abwarten müssen. Interessanterweise hatten wir hier noch eine Bullish-Penant-Formation, darüber haben wir auch noch gesprochen und die wurden nach oben ausgelöst und müssen wir natürlich abwarten, ob jetzt auch Ethereum hier bei dem abfallenden Dreieck hier das Ganze auch nach oben auflöst. Was auf jeden Fall sehr spannend ist, in den letzten 24 Stunden zum Beispiel sehen wir bei Ethereum, sehr starkes institutionelles Interesse. 21.000 Ether in den letzten 24 Stunden über Grayscale eingekauft. 104.000 Ether in den letzten sieben Tagen, das sind 180 Millionen. Es war ja über einen Monat fast nicht mehr möglich für Institutionelle hier in Ether rein zu investieren, über den Ether Trust bei Grayscale. Da hatten sie ja die Türen geschlossen, jetzt haben sie es wieder geöffnet und jetzt 180 Millionen in den letzten sieben Tagen sogar mehr als in Bitcoin investiert worden ist. Also das institutionelle Interesse ist aktuell auch sehr stark bei Ethereum und da müssen wir natürlich auch sehen, wohin dann die Reise auch führt mit diesem institutionellen Interesse. Das ist auf jeden Fall sehr spannend, das haben wir in der Vergangenheit so nicht gesehen. Das institutionelle Interesse bei Bitcoin ist ja sowieso schon da und verstärkt sich immer weiter, immer mehr Hedgefonds etc. kommen hier in den Markt rein und geben auch zum Beispiel der SEC Anträge in die Hand und wollen über Grayscale dann auch zum Beispiel in Bitcoin investieren. Der nächste ist hier Miller Value Funds, die haben 3 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögen und wollen jetzt hier auch über Grayscale investieren. Und was spannend ist, dass sie dann auch das Ganze dann durch den Bitcoin Trust von Grayscale machen möchten und zudem das Ganze gecappt haben bis zu einem Anteil von 15%, also sie wollen das maximal bis zu einem Anteil von 15% machen, so lange investieren, das geht hier aus diesem Antrag hervor, dass sie so lange investieren, bis das Vermögen in Bitcoin maximal 15% ist und das ist wirklich eine sehr große Summe. Ob sie das dann wirklich so ausspielen werden, kann man natürlich nicht sagen, ob sie es jetzt nur bei 1% belassen oder 5% oder diese 15% ausschöpfen werden, aber diese Grenze so hoch zu setzen ist auf jeden Fall schon sehr außergewöhnlich, würde ich sagen. Das haben wir in anderen Fällen so nicht gesehen und da müssen wir natürlich auch mal schauen, wann die das Ganze dann auch dann dürfen und ob sie dann das Ganze dann auch in Anspruch nehmen. Aber auch hier sehen wir weiterhin institutionelles Interesse, immer mehr Institutionen kommen hier hinzu und wollen in Bitcoin investieren und wollen damit ihr Portfolio diversifizieren und das sehen wir in den vergangenen Monaten ja schon immer öfter und das wird sich immer weiter verstärken, bis ich zum Beispiel dann auch nicht mehr diese Meldung mit in die Videos reinnehmen werde, weil es dann halt so Normalität geworden ist, dass es gar nicht mehr der Rede wert sein wird. Ein wichtiges Thema, was auch immer wieder aufkommt, wenn man über Bitcoin spricht, ist ja ein Bitcoin-Verbot und wir sehen in Ländern wie zum Beispiel Nigeria, Argentinien, die Türkei etc. Überall wo sehr viel oder sehr hohe Inflation vorherrscht, haben wir ein sehr hohes Interesse an Bitcoin und in Nigeria gibt es auch politische Unruhen zum Beispiel und jetzt kam die Zentralbank von Nigeria zu den finanziellen Institutionen und hat gesagt, bitte sperrt doch mal die Konten, die mit Kryptowährungen handeln, beziehungsweise die in Verbindung mit Kryptbörsen stehen und auch CZ zum Beispiel, der CEO von Binance, hat auch direkt eine Meldung dann rausgegeben auf Twitter, hat gesagt, bitte zahlt eure Fiat-Währung aus, es kann sein, dass wir jetzt hier unsere Fiat-Gateways schließen müssen, aber das führt nur dazu, dass über zum Beispiel Local Bitcoins, wo man Peer-to-Peer dann auch Bitcoins verkaufen und kaufen kann, das sieht man in diesen Ländern sowieso sehr stark, dass da über diese Möglichkeit auch dann getradet wird und hin und her dann Bitcoins versendet und gekauft bzw. gehandelt werden und das werden wir in Zukunft immer weiter sehen, im Endeffekt kann man das Netzwerk ja sowieso nicht stoppen und P2P kann man immer verkaufen und kaufen, die Gateways können geschlossen werden und in dem Zusammenhang ist auch noch diese Meldung wirklich sehr interessant und deutsche Behörden haben 50 Millionen Euro beschlagnahmt von einem Hacker und der möchte sein Passwort für sein Wallet nicht hergeben und ist auch nicht bereit, das jetzt hier preiszugeben und es ist hier die Rede von, die deutschen Behörden haben Bitcoin beschlagnahmt und sagen aber, die haben keinen Zugang zu diesem Device, also zu diesem, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Ledger Nano X ist oder ein USB-Stick ist, wo die Private Keys gespeichert sind am Ende des Tages wissen die nicht, wie man an diese Bitcoins reinkommt auch wenn sie das Passwort hätten, weiß ich nicht, ob die dann direkt auch raufkommen würden aber, was man dann halt festhalten muss, wenn man Bitcoin an sich versteht also das System an sich versteht, die haben im Endeffekt die Bitcoins halt nicht beschlagnahmt solange sie nicht Zugang zu diesen Bitcoins haben, weil der Angeklagte kann ja auch sein Private Key oder sein Seed einfach auswendig gelernt haben und wartet einfach ab, bis er seine Strafe abgesessen hat kommt raus und kann dann mit seinem Gedächtnis sozusagen wieder auf diese Bitcoins dann zugreifen die liegen ja nicht auf dem USB-Stick drauf und das checken anscheinend die Autoren nicht hier zum Beispiel Reuters und auch in den deutschen Medien aufgenommen und das verstehen glaube ich auch nicht die Behörden und da sieht man sehr schön dass es eigentlich sehr schwierig ist, seine Hand an Bitcoins zu legen von Leuten, die das nicht hergeben wollen also das ist ja sehr schwierig, entweder gibt man freiwillig seine Keys raus und sein Passwort raus oder man merkt sich das oder man hat es irgendwo gespeichert, wo vielleicht dann die Behörden auch nicht rankommen aber im Endeffekt einfach so ranziehen und wegnehmen kann man es nicht wenn man halt die Passworter und die Seeds nicht, beziehungsweise die Private Keys nicht hergibt kommen wir zum Bitcoin Chart Update, ein kurzer Update zu dem, was wir gestern und vorgestern vor allem auch besprochen haben wir waren ja zuerst hier in dieser Inverse Head & Shoulder Formation haben die 37.000 US-Dollar perfekt getroffen sind dann ausgebrochen und da habe ich euch ja gestern noch gesagt in dieser roten Box waren wir hier noch drin habe ich gesagt, wenn wir da drüber kommen, sieht es danach aus, dass wir auf die 40.000 US-Dollar laufen wir sind auf die 40.000 US-Dollar gelaufen, jetzt sind wir sogar drüber 40.000, ja 900, fast 41.000 US-Dollar waren wir und das Allzeithoch bei 42.000 US-Dollar ist nicht mehr so weit weg festhalten müssen wir auf jeden Fall, dass natürlich jetzt gerade nicht wirklich viel Volumen herrscht also die ganze Bewegung wird jetzt nicht mit viel Volumen bestätigt aber das muss man auch auf der anderen Seite so sehen aktuell ist wirklich eher Retail getrieben das Ganze würde ich sagen wir haben zum Beispiel hier bei Grayscale gesehen, dass hier zum Beispiel in den letzten 24 Stunden jetzt nicht mehr sehr viel Bitcoin in die Trust reingeflossen sind das heißt, das institutionelle Interesse ist ein bisschen abgeflacht gerade und am Wochenende sowieso haben wir ja immer wieder gesehen in den letzten Wochen vor allem an Sonntagen ist immer sehr wenig los gewesen weil dann auch die Institutionellen dann nicht wirklich am Handeln waren und jetzt wird es natürlich dann die Frage sein, ob dann hier noch wirklich Kaufdruck noch hinter steckt ob dann wirklich noch Dynamik reinkommt, um diese 42.000 US-Dollar anzugreifen aber wenn wir mal hier ein bisschen rauszoomen, werden wir sehen dass jetzt nicht wirklich noch viel Widerstände sind ja natürlich jetzt nicht mehr da das Allzeithoch ist jetzt hier noch und da müssen wir natürlich jetzt schauen, wie es sich weiter verhält was man aber auch ganz klar im Auge behalten sollte ist, dass wir hier seit dem 31. Januar also seit Anfang Februar, sagen wir mal seit 6 Tagen sehr parabolisch wieder unterwegs sind und das könnte natürlich wieder eine Gefahr für eine kurzfristige Korrektur sein positiv ist auf jeden Fall das muss man auch ganz klar festhalten das habe ich ja in den letzten Wochen immer wieder gesagt dass wir hier in einem Abwärtstrend waren hier seit dem Allzeithoch in einem kurzfristigen Abwärtstrend wir hatten immer tiefer werdende Hochs wir haben das erste Hoch hier rausgenommen haben jetzt auch das zweite Hoch rausgenommen und haben somit hier diese kurzfristige Abwärtstrendbewegung hier nach unten durchbrochen und da wird es jetzt natürlich jetzt spannend sein beziehungsweise es wird jetzt wichtig sein das dann auch im Endeffekt zu bestätigen indem wir ja auch das letzte Hoch also das Allzeithoch rausnehmen andernfalls kann es wieder sein dass wir ein bisschen konsolidieren und dann werden wir uns natürlich dann zu gegebener Zeit uns wieder das Ganze anschauen aktuell sieht es wirklich sehr gut aus auch wenn natürlich die Gefahr für eine kurzfristige Korrektur natürlich da ist nach so einem Anstieg hier in sechs Tagen ja das war auch schon